Stimmt, aber du mittlerweile hast den Salis Lakritz gehabt. Ja, das war eklisch. Hallo. Hallo. Du bist das letzte Mal. Dorki Dorki Souls. Ja, jämmerlich. Und haben jetzt die... Ja. Dark Souls kommt für die Switch raus. Dark Souls beim Kacken. Super. Ich weiß nicht, wann müssen die Leute da sein. Nee, sehen sie gleich auf den Duk-Song zu hören. Leute, schaut eh keiner zu. Ach so, das heißt. Ah, ich hab's grad auf Twitter gezahlt. Du kannst die backstablen, ne? Ja, ich hab's grad probiert, aber ging nicht. Haben wir da nicht auch, die haben wir ja anlacht. Gott sei Dank. Ah, stimmt, ich weiß, wo wir gestorben sind. Das haben wir noch gemacht. Das war jämmerlich. Ah ja, da wo du gedacht hast, ich renne, ich renne hier durch. Das ist easy. Aber ich weiß, es ist nicht easy. Das ist die nervigste Stelle zum Durchrennen hier. Nur Speedrunner können das, wenn sie jahrelang geübt haben. Der verrückte Affenjunge ist da. Servus. Genau deswegen. Nein, ah, ich idiot, ah. Du idiot. Ja. Du idiot. Bei uns alles glauben, bei dir. Ah. Ja, alles nur, weil ich äh, gemacht hab. Hab ich davon. Ähm. Mach es mir nicht nach. Fahrstuhl habe ich hochgeholt. Ja, dann können wir. Dumm. Nein. Hier. Ach, das war ja noch peinlicher. Sowjet so super. Soweit so super. Freut mich. Das ist schön. Apropos super. Dragon Ball Super läuft immer sonntags und zufälligerweise kommt ein Spiel mit Dragon Ball Super Charakteren ab Samstag kostenlos in euer Wohnzimmer. Kostenlos ins Wohnzimmer? Nee, stimmt gar nicht. Ab Sonntag erst. Hast du doch gesagt? Nee, Samstags ist Pre-Order. Ja, aber du hast eben Sonntag gesagt. Ja, nee, ich hab Samstag gesagt. Ab Samstag in euer Wohnzimmer. Ah, nein, nein. Oh, ah, yes. Profi. Nein, nicht Profi. Ah. Oh Gott, nicht schon wieder. Ich hasse dich, ich stelle es ist sehr. Ey, es ist echt der größte Müll, der jemals erfunden worden ist. Hier. Die Stelle ist so scheiße. Hm. Ich stelle, dass man halt geradeaus durchrennen kann. Nö. Du kannst es probieren. Mit richtigen Rollen kommst du, denke ich, durch. Diesmal habe ich einen Falschvergleichen enthoben. Doch, habe ich. Ich bin ein guter. So, ich nehme es jetzt einhändig. Hm. Wegen Zauberblocken. Ja, weil dann bleibst du stehen und wirst getroffen von den anderen. Blocken bringt hier nichts. Nee, wenn ich sehe, es kommt einer. Ja, aber dann bleibt er, wie gesagt, du wirst gestackert und dann hauen die dir in den Rücken. Hahaha. Goddard Die, extrem quick. Ja. South Jaff. Hello Jaff. Detective Jaff ist wieder im Haus. Ja. Ich habe ihm aber gesagt, dass wir streamen. Und daher nicht so viel Detective Arbeit von ihm. Ach so, der hat gar keinen Follow da gelassen. Der muss man vorher Bescheid sagen. Ich weiß nicht, ob ihr follow dich denkt. Ich denke mal schon, dass er dir voll ist. Ich glaube es auch. The Jaff followed jedem. Sogar PewDiePie. Den habe ich auch abonniert. Ich glaube, der macht seit einem Jahr eigentlich ganz gutes. Ich glaube, Jaff followed dem nicht. Das war gelogen. Der macht, du kannst da rechts runter, ne? Echt? Nein, kann ich nicht. Ich habe da eben so eine Treppenstufe gesehen. Ah, ah, ich habe das schon mal zwei, das ist so nicht nett. Ah, suddenly wird das Game spielbar. Ah, ah. Pass auf, das sind noch welche, das wusste ich bisher noch nie. Aber hier werde ich ihn getroffen. Ja, und jetzt ist es Game Easy Mode. Schau, was spielst du im Moment so? Und ich... Trace 8-Boy spielt nur Mega Man. Nee, der hat Disney Afternoon Collection spielen. Wobei, nee, ich weiß, was er aktuell spielt, weiß ich nicht. Aber was hat er gespielt? Edith Finch oder Fitch, wie das hieß. Das Gone Home als Videospiel? Ja, genau. Du hast also auch das Stunke-Video gesehen. Natürlich, ich habe das Stunke-Video gesehen. Ja, der Schaff hat mir davon berichtet. Super Mario Odyssey, that's what I'm talking about. It's like a fucking theme park. Ubisoft Mace. Ja, guck, er spielt, er spielt Origins. Mach Chip and Jab Speed Runs nicht im Ernst. Ach du Scheiße. Geil. Ja, ich habe vorhin aber schon zum Mix gesagt, dass jeder, den ich kenne, der Origins gespielt hat, es auch sehr gut findet. Selbst die Leute, die Assassin's Creed nicht immer so toll fanden. Toomb Raider hatte ich, glaube ich, gespielt. Aber zählt, ist Toomb Raider Ubisoft? Nee, nee, das ist für eh nix. Mittlerweile. Äh, ja. Ah, oh, getroffen. Good shit. Chain Armor. Wenn wir fertig sind mit Demon's Souls, müssen wir mal ein Randomizer Run machen. No, Gott. Nee, ich habe schon eine andere Idee, was wir spielen. Oh, ho. Nach Demon's Souls. Oh, ho. Was denn? Ein Spiel, das du noch nicht gespielt hast. Ich habe es schon gespielt. Äh. Ich verrate es Ihnen. Gildige? Da hast du immerhin schon die Demo gespielt. Stimmt. Sogar mehrere. Mehr erhofft? Ja, die Story, die Assassin's Creed Story, also ich bitte, sind doch eh immer, äh... Der Jeff liebt das Setting von Assassin's Creed und ich kann es verstehen, weil ich finde es auch... Ja, das Ägypten-Setting ist der Hammer, das ist das Einzige, warum das Spiel so interessiert. Ich glaube, er mag das andere, außenrum mit diesem Apparat, das Cypher-Shit und so weiter. Ja, das ist doch in Origins kaum vorhanden, wahrscheinlich. Und deswegen fällt dir dann die Story nett, oder was? Also ich finde es auch saugeil mit diesem Setting. Das fand ich damals auch schon beim ersten richtig nice, die Idee. Ja, aber es ist einfach... Ja, aber es ist einfach... Ja, aber es ist einfach einen guten Weg gefunden, um es total zu verkacken. Das ist so belanglos mittlerweile. Das ist so scheiße belanglos mittlerweile. Das ist einfach trash. Ach, Achtung, Assassin's Creed-Spoiler, hört mal weg. Der Desmond ist ja gestorben. Aha, wer ist Desmond? Der Hauptdarsteller von den normalen Assassin's Creed-Spielen, den du immer spielst. Und der wurde von Teil zu Teil, hat er immer mehr gelernt von seinen Vorfahren und wurde immer stärker. Und jeder, der die Spiele mochte, hat gedacht, oh geil, das geht irgendwann in die echte Welt weiter. Ägypten ist auch eine echte Welt. Italien damals auch, das ist alles echte Welt. Aber mit Aliens, meistens sind immer Aliens dabei. Auf jeden Fall. Echte Aliens? So kam es mir zumindest vor, irgendwelche Götter-Aliens oder so. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann haben sie ihn gekillt. Weil sie sich gedacht haben, wir kriegen da nicht mehr so viel Story zusammen, uns fällt nichts mehr ein. Wir würden aber Assassin's Creed gerne jedes Jahr eins rausbringen. Also kommt jetzt immer irgendjemand, das bist dann du, in der Ego-Perspektive, in diese Scheiß-Firma rein, wo in den Animus reingeht. Ja. Ja. Das ist der größte fucking Scheiß-Dreck überhaupt. I see. I didn't know. Ja, ja, und die haben dann die Story halt gekillt damit. Und ich habe mich halt so drauf Freude und Desmond voll abzugehen. Aber am Arsch. Sag was, geil. Das war auch eine VR-Firma, geil. Aber das beste Assassin's Creed fand ich mal Black Flag. Und Kai hat es damals am besten ausgedrückt. Der hat gesagt, die hätten einfach draufschreiben müssen, Ubisoft präsentiert Piratespiel. Weil ob das jetzt das ist, das ist scheißegal. Macht das jetzt nicht. Also auch das macht Ubisoft, die machen auch ein Piratenspiel jetzt, oder? Ja, ja, das ist auch mitunter von Black Flag inspiriert. Und die benutzen auch die Schiff-Fights und so davon. Ich kenne einen der Arbeiter dran. Uns geht's gut, Kyle. Wie geht's dir? Ich bin in Deutschland auch entwickelt. Ubisoft, Mainz, entwickelt da mit dran. Aha. Ehemals Blue-Byte, glaube ich. Ist hier irgendwo noch ein Bonfire für später? Ne, da waren wir doch schon. Wir müssen jedes Mal den fucking Weg gehen, oder was? Ja. So, mein Lieblingsboss. Nicht. Ich hasse ihn. Das ist scheiße, der Fall. Das ist echt der schlechteste Fall. Wir sollten alles ausziehen. Außer im Pendeln und Flaschen. Ach, das ist ein Wunsch. Heavy außer... Der macht das mal, damit man schon leer durchwechseln kann. Ach so. Ja, ich fand's sehr gut. Ich kann's aber vorher durch ein Video, konnte ich den Twist schon in dem Spiel. Aber ich hab's mit der Freundin gespielt. Kindle das noch, genau. Ach, Kindle? Ja. Nee, nee, wir haben die leichteste Rüstung an. Ja, ich hab' mich selber gespoilert, aber... War vielleicht nicht schlecht. Ich hab's dann aber, wie ich gemerkt hab', okay, das geht in eine bestimmte Richtung. Hab' ich's nicht weitergeschaut, das Video. Also, ab einem gewissen Punkt wusste ich nicht mehr, was noch weiterkommt in dem Spiel. Ich wusste nur, in dem Spiel geht's um Monika. Und daher war mein Fokus beim Spielen auf Monika. Und ich mein Analog Stick. Ja. Krasser Scheiß. Geil, geh. Ja, alles weg. Genau. Perfekt. Jetzt sind wir vorbereitet für den Kampf. Äh, what the fuck? Was? Okay. Wie funktioniert der Kampf? Ja, einfach kämpfen und... Wenn er die Dark Magic benutzt, dann machst du das Pendant. Ah, Moment, ich muss jetzt den ganzen Weg laufen. Ja, ja, du kannst rennen eigentlich. Ich hab' vorhin eine unnötig lang gebraucht. Man kann durchrennen. Es gibt da auch Außenweg, du musst dann unbedingt rum und rum. Da ist das noch gar nicht mehr da, kann das sein? Weiß ich nicht. Da ist halt ein Castor, der trifft sich beim Runterlaufen, und das ist ja scheißegal. Wo muss ich schild? Der da lang ist schon richtig. Da kommen die Punkte. Da ist der Castor, da musst du aufpassen. Ah, aber all bist schon vorbei. Das war ein bisschen blöd. Ach, was? Der hätte ich nur abbeleihen können. So, jetzt bist du schon fast da. Du kannst da links runter trocken, das geht auch, glaube ich. Und dann noch einmal trinken. Nimm mal den... Hör! Da war die Maus noch. Ja, ich hab' den Mauszeiger weg. Emily Wars Away 2. Ja, die habe ich beide sogar. Die sind beide kostenlos. Was ist das? Was ist das? Das ist das Walking Simulator. Das ist Dark Magic. Nein, das ist der Arm. Da muss ich schon kämpfen gehen. Da greifst du noch an. Aber der hat mich mal noch fehlt. Ab 50% Leben machte mehr Dark Magic, glaube ich. Trinken war dumm. Ja. Ich hasse den Fall. Ich gucke mal, ob wir wen bespüren können. Gerade eben waren wir menschlich. Achso, und das war niemand da. Genau, I.M. Simulator, ja. Was? Ja, ich glaube, ich hab' das zweite, aber das war ein Humble, Humble Manfly war das, glaube ich, dabei oder sowas. Was ist ein I.M. Simulator? Das war der AOL Instant Messenger. Was ist ein I.M. Simulator? Weil du halt in so einem Messenger spielst und die E.M. Lee ist weg. Achso. Und was ich gespielt habe, war Simulacra, empfehle ich auch. Kostet 5 Euro auf Steam, hast du auch so 6 Stunden Spaß dran. Ist ein Found-Handy-Simulator. 18 Stunden für Demon's Souls. Ich glaube, mit allen optionalen Bossen kriegt man das auch schneller hin. Speedrun ist ja da immer. Also wenn es dann ein erster Lauf war, ist das, glaube ich, eine gute Zeit. Für den ersten Lauf. Achso, der erste Run ist natürlich sehr schnell, ja. Aber natürlich Speedrun, wenn du wirklich schnell sein willst, geht, glaube ich, eine Stunde. Und jetzt sogar drunter? Ich hab' keine Ahnung. Ja, das Simulacra ist echt cool, also. Das habe ich im Sale gekauft für 2 Euro. Also wenn jetzt wieder Ostern Sale kommt, kannst du da mal zuschlagen. Das lohnt sich, also die 1, 2 Euro, was du dann zahlst, das ist echt ein guter Preis. Ah, du kannst noch eins vorher droppen, ne? Ja. Okay, hier ist niemand drin. Ah, wie der schlechte Roller. Ah, hast du im Kotzen echt. Ich hasse den Fade so sehr. Na, IS-8 würde ich mir auch noch holen. Aber ich bleibe mir jetzt entweder vom Mick aus. Ich zwinge dich, IS-8 zu spielen, die größte Lüge, die ich gehört habe. Ich zwinge niemanden, Falcon Games zu spielen. Ich sag nur, ihr müsst das Spiel, weil es gut Spiele sind. Ihr müsst. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nächsten Monat, Anfang des Monats ist Nisa Pressekonferenz. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wann die IS ist, weil ich habe nur die Bilder gesehen. Ja, da habe ich so Angst. Warum? Wenn die Trails of Cold Steel 3 bekommen, wäre Horror für mich. Warum? Weil die Scheiße Übersetzung haben und die Spiele nicht von Nisa übersetzt worden sind bisher. Achso. Hat nur Exit gemacht. Abgeschossen. Danke, Captain Opfils. Das ist wirklich alles von... Ich überlege, dass wir einfach cheesen. Ich ziehe eine andere Rüstung an für einen Fight. Ich glaube, das machen wir auch. Willst du fett sein? Ja. Ich habe keinen Bock auf den Fight. Ich mag den nicht. Der ist so Bullshit, Herr Veid. Gab es eine Regel, dass wir nicht schießen? Nein, gab es nicht. Ja, alle. Kann ich machen, dass der Wildschauptsatz los ist. Die Tendency ist sehr komisch in Demon's Souls. Die habe ich auch nicht verstanden. Also, Kai, ich habe es selber nie gespielt. Deswegen streamen wir es danach noch mal. Weil ich habe es noch nie gespielt. Ich habe einen Haufen Videos dazu gesehen. Einige Playfroos, aber selber gespielt habe ich noch nie. Nein. Ich bin noch dummer. Vorbeigerollt. Wie fühlt sich das an, wenn so ein Captain Opfils Spruch kommt? Weil es geiles schafft. Unser allererster Stream war Bloodborne. Ja. Und irgendwann haben wir gesagt, genau wie Dark Souls 3 rauskam. Haben wir gesagt, wir spielen es beide durch, aber wir streamen es auch nochmal. Und eigentlich nur, weil wir es geil finden. Und dann haben wir aber gesagt, wir spielen es rückwärts. Wir spielen. Ja, wir haben alles Souls Games rückwärts. Mit Ziel Demon's Souls, was er noch nicht gespielt hat. Ja, und was halt auch noch fehlt, ist der Schluss vom DLC von Bloodborne. Der fehlt auch von dir, Dark Souls 3 und 2. Hä? Nein, nur 2. Okay. 3 haben wir alles gemacht. So ein Hurensohn. Ich sag doch, der ist scheiße. Und wenn man nur wegen dem wüssten, wüssten wir schon dreimal trinken, ey. Dreimal schlucken, ey, das gibt's noch. Depp. Nein! Ich seh gerade, es ist ja Speed Cup, wegen Games Done Quick. Ich hab erst jetzt die Speed Lines gemerkt. Ja, Kai, ich war mir überlegen, dieses Jahr irgendwann, weil der Mick weigert sich nochmal Bloodborne mit mir zu streamen, nochmal einfach so ein Bloodborne Stream so zu machen. Ja, das ist halt Bullshit Boss. Fucking. Wie heißt der Victim of Irgendwas? Oder Apostel. Wir haben zwei Stück. Children. Wir haben zwei Stück nicht geschafft. Okay, good shit. Wir haben zwei Bosse nicht gemacht. Wir fehlen noch zwei Trophys, dann hab ich alles 100%. Okay. Und ich hab schon die Platin, aber das juckt mich, dass da nicht 100% steht. Der Mick weigert sich, der Feigling. Nein! Oh, fuck, echt Bullshit, scheißgib. Ach, schluck. Zieh dich noch um. Ich muss erst die killen. So. Ah, der Wiff. Wiff des Grauens. Siehst du, der Kai wird es mit mir sofort streamen. Tja. 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 Was soll ich dazu sagen? So, komm, jetzt kannst du schon mal umziehen. Jetzt hast du Zeit. Ja, ich hol noch die Humanity. Perfekt. So. Machen wir es. Habel. Dann auch noch, kann man direkt noch Fett zur Schild anziehen. Scheiße, nicht genug Stärke für das Schild. Dann nimm wieder das Ausdauerschild, weil dann kriegt man wenigstens Ausdauer. Wir brauchen mehr eins mit viel Stability. Um lang zu blocken zu können. Das Ausdauerschild hat nicht viel. Tja. 51 hat das Scheiß. Nicht viel. Das hat 58. Mit den Sonic-Armen dabei. What the fuck. Wächter. Fettes Stück Scheiße. Shit, ich hätte mir noch Humanity. Was soll ich jetzt? Heilen-Web-Pro. Der Kyle hat ein Video gemacht, ne? War eine Quest in Bloodborne vorgestellt hat. Für das Video hat er Bloodborne auf Deutsch gestellt. Es gibt Deutsch Stimmen in dem Spiel. Das wird komplett lokalisiert. Soli-Game halt. Ich glaube Demon's Souls auch. Weil ich bin mir nicht sicher bei Demon's Souls. Wir müssen auf jeden Fall die Humanity. Das ist jetzt an unsere Humanity. Ja, ich weiß gar nicht, wie scheiße der Fight ist. Wir haben nicht kommen. Mimmel und Rommel. Servus, Jack. Hello. Hello. Zu diesem wunderbaren Fight in Dark Souls. Ich habe gestern, ne vorgestern, mit dem Andi. Lasst ihr Zeit. Ah, fuck. Da kommt die erst da unten. Ich habe mit dem Andi Uncharted 4 gespielt. Das ist tatsächlich das Dark Souls unter den Uncharted. Ja. Auf Prushing. Wir haben beim letzten Stream schon eine Stunde an einer Stelle gebraucht. Dann habe ich gesagt, die Mama beim nächsten Mal. Ja. Zwei Stunden, 40 Minuten, nur diese Stelle. Und wir haben es nicht geschafft. Okay. Ich habe jetzt die Highlights davon rausgeschnitten. Und zwar jede einzelne Stelle. Ja. Wurde Andi ausrastet und fuck schreit. Ja. Weil der ist richtig böse ausgerastet. Ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das Video geht 15 Minuten. Wird heute Nacht irgendwann veröffentlicht oder so. Ein tolles Video. Ich bin schon gespannt, was ich da auf dem Streamprobe, auch in dem Video produziere. Hier? Nee. Bei dem Fuckvideo. Bei dem Fuckvideo. Die Leute sagen noch immer, ich bin da Andi und da, oder. Ach so, ja, stimmt. Und da Andi ist ich. Wir verwechseln uns doch durchgehend. Ich müsste mal, ähm, das Stream machen, wo alle dabei sind. Gleichzeitig. Ja. Du kannst ja mal ein 4er Stream machen quasi. Und spiel mal irgendein Bullshit. Und dann weiß aber keiner, dann denken sie alle, da sitzt viermal der Mic. Ja, genau. Nein, das ist egal. Da kann man farmen hier. Das ist das einzig Gute an der Region. Schaffen wir es jetzt? Mal gucken. Ey. Gutshit-Profi. Kriegst trotzdem dem. Oh, egal. So gut luck. Soll ich nochmal trinken? Nein. Lieber einmal drin. Übrigens, wer meine Streams zuschauen möchte, samstags stream ich wohl ab mittags 13 Uhr circa den ganzen Tag. Und dann weiß ich auch immer wieder hin. Weil Dragon Ball Open Beta kommt raus. Das ist natürlich ein gutes Spiel. Müssen wir mal heilen. Shit doingげ nichts. Männern brauchen ein gutes Spiel. Das Hebel Schild zum Beispiel. Man kommt halt jetzt zum Heilen, weil ich zu langsam bin. Richtig. Au, das war's. Ah? Ja doch, ich lebe es noch. Ich gehe direkt rüber. Vielleicht musst du den so nutzen. Jetzt! Ja. Mal auf Humanity wechseln. Sieht aber gut aus. Ja, das ist normal, genau. Perfekt. Hau ihn doch! Dafür haben wir ja die Armour. Oh Gott. Und jetzt steht es vielleicht schlecht. Humanity time. Einfach hin und hauen. Oh, jetzt wird es wieder gelauncht. Okay. Passt. Das ist gut. Ne. Zwei stehen wir allem aus. Das ist zu schlagen. Oh. Nice. Das war's hier. Ne. Oh. 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 ich sag nicht mehr durch durch ich hab noch eine Humanity gepumpt so ein Scheißfight und die Soul of Manus gibt nur ein Darkness Spell falls du dich das jemals gefragt hast was die Seele überhaupt gibt das ist alles erst mal gekillt das Ziel für die Humanity du bekommen hast ne wie viel zehn Stück du lebst noch wir haben dich doch gekillt bist du doch Gott du bist tot so jetzt gibt es noch ein Fight hier Armin was machst du Leichen Schändung Hahahaha die 1000 Seelen waren es wert was ist dankeschön ich twitter vorher wenn du es wenn das schiebt oder was Mario Kart Party stream sorry Leute ich hab überhaupt nicht in den Chat geguckt ich war ein bisschen konzentriert kommt hier noch irgend da ist ein Bonfire ihr kriegt das e-mail in Rentons Discord wenn doch irgendwer von uns streamt oder stimmt ja ja stimmt level up ah level up oh Stärke oh ne Dex das ist ja lichertig 1 ja oder der Renton wird es auch wir tweeten aber auf jeden Fall den Discord bekommen wir es mit mach doch keine ich mach doch keine Werbung für dich oder es sucht einfach nach Dragon Ball Fighters und ich werde bei deutschen Streams relativ weit oben sein glaubst du deutsch ist gut vor der kommt irgendein Kronk oder sowas der überhaupt nichts drauf hat das ist falsch das glaube ich sogar ja natürlich oh wir spielen jetzt Dragon Ball auf 4x schlagig hoch und auf x schlagig runter aber das ist viel einfacher auf den Schultertasten weil da macht er alles automatisch ich finde es ein bisschen traurig dass du das ziemlich gut nachmachen kannst ja weil es Fische sind Firekeeper ne oh wir haben eine Firekeeper Zone und haben sie nicht benutzt oje deutsche Streams hast du Adblock ja aber meine nicht du weißt ja wohl du hast du followst mir ja also bekommst du eine E-Mail der Jav guckt mir nie auf YouTube zu ich glaub das war das Stream fast jeden Tag auf YouTube ja weil woher solltest du das wissen ja ich hab gedacht der Jav mag mich und hat mir hat mir ein Abo da gelassen ich meine wenn das schon so Leute wie PewDiePie und Endo Endo schon verrückt ich bin jetzt nur durch ich meine jetzt bist du mal dran war guck ich Kalamed noch kein first try ja wir haben aber noch den Drachen ne wo ist denn der ist Kalamed achso Kalamid 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 keine Ahnung ja stimmt äh was war das letztens welcher Stream waren das genau dieser Brettspielstream ja die Karin hat noch zu mir gesagt der Check der ist echt überall auf einmal der Check mit dem mit dem Chat war ja 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 der ist überall der Check dieser Check der ist überall er hat voll gelacht da ist gut neuer PC ist immer gut wer hat neuen PC achte Keile YouTube hat keine TwitchyMods da hat er Jav recht das ist einer der größten Nachteile von YouTube Stream ja aber wenn du mich subben würdest also wenn du mir äh wenn du VIP Sponsor wirst das Zeug ich ach übrigens ich hab so ein Nightbot drin der Nachrichten reingibt ja und da gibt es jetzt auch diese subfunktion auf YouTube ja da habe ich drauf verlinkt und der Text dazu ist für nur 4,99 Euro im Monat ja äh kriegt Renten was zu essen und kann eine Schule besuchen ok jetzt Patenschaft übernehmen cool findest du das assi oder das ist schon ein bisschen assi aber nicht zu assi ja ich meine auf YouTube werden auch Lifen hochgeladen und daher halt gewählt ja oh my god bro ich hab's nicht gesehen one like one prayer ich hab's nicht gesehen ich hab's ich hab's mir auch nicht angeschaut ich weiß nur es existiert und jeder raste deswegen auch ne es existiert nimmer aber ok aber es war schon YouTube tatsächlich entfernt das stimmt ja pass auf auf jeden Fall wenn so ein Abo abgeschlossen wird kannst du Custom Emotes reinmachen und das erste was ich mache ist mein Baby sich größer das ist ein super guter Smiley den mach ich immer wenn ich was perverses schreib mache ich auf den Babysmiley rein das sieht super aus gut schief wohl fällt mir fast besser wie das Mic Face das kann ich mir mal schicken dass ich das bei mir auf dem Discord mit reinmache ich guck mit gern beim come fighten zu wenn da ja und meine Fighting Games fühlen von Qualität her mit das Höchst was du in die Ulu sehen wirst bei manchen Games sind überhaupt der eingebildet ja Leute wenn Dragon Ball kommt auf Twitch weißt du bin ich auf Position 1 und denk dran ich finde das ist das Beste was ihr in Deutschland zu sehen bekommt es gibt kaum EU Streamer für für Placed und Guilty Gear und dann wenn ich mal gucke ist das Niveau einfach nicht cool das ist halt so soll ich denn was die Turnier Streams wo du machst die sind ja auch gut fragt die Turnier Streams ja genau aber die stream ich ja nicht ich bin so einer der wenigen Spieler die der Turnierspieler die auch aktiv ja aber in Dark Souls bin ich leider nicht EU Niveau da bin ich eher so Grünstadt unteres Niveau Kyle Souls willkommen auf dem Nigeria Server du hast jetzt schon wieder einen neuen Account erstellt scheinbar eieieieieiei passiert aber öfters den Leuten also ich hab viele ah scheiße ich hab mich dann ins Lager gesetzt du musst alles äh Township Township ich sehe es nicht Dungeon oder nein das war ja dann läufst du Artorias Schrein raus guck mal der Mick hat Gummis für uns Dissidia ist sehr gut habe ich schon gespielt ja die Demo ja das Problem ist der Release ist scheiße aber ich denke es wird lange gespielt also mir macht es sehr Spaß wohin da lang da hoch ja äh das 3 und 3 ist halt gute Idee diese eingebaut haben dann da gerade aus Artorias raus rechts da raus genau ah da sitzt sie ja ich bin hier bitte naja rechts die gibt dir nichts soll es auch töten nö die hat zwar eine coole Waffe aber es ist eine Deckswaffe oh ja oder dein dein Kindersicht könnte ich auch als erstes nö rechts 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 geradeaus da lang nähe links links halten rechts geradeaus links runter und dann einfach geradeaus da kommen drei Hunde und dann war es sich schon die kannst du wurden hinten mit einwand man laufen einfach durch ja ich will zu blocken schreibe du kannst blocken einfach halten und jetzt kannst du schon zu machen ach oh Gott das ist schön jetzt ein oh Gott Profi geht es aber ja wohl guck mal ich habe auch nur die ganze Ausdauerverbrauch sehr geil das lustige ist die Hunde kommen halt nicht zusammen die kommen halt immer einzeln Leute ihr wisst im Mai Dark Souls Stream ne remastered im Mai Switch Stream und PC Stream ab geht's PC oder PC 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 oder PS4 ich weiß noch nicht was schon ist ja PC kannst du eh immer machen das ist ja schon du fühlst schon PC ist dir bewusst ne ja nein Dark Souls Remastered wie remastered geht auch ein PC ja ja natürlich für eine Scheiße deswegen habe ich doch vorhin zu dir gesagt ich weiß ja ich weiß ja ich habe wieder jetzt ich habe es nicht gerafft wieso antwortest du mir dann so als ich habe gedacht ihr war ich voll unhöflich weil ich gedacht habe du redest die ganze Zeit von der fucking PS4 Version Remastered nein 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 die Faxen die Beklopper und release die Remastered das ist so dumm das ist so dumm das läuft halt per Haus auf 60 FDR ich hoffe das ist einfach ein DLC für das Game hier fertig machen die nett ich weiß ja natürlich nicht jetzt können sie gar nicht noch mal abcashen Achtung DREGEN nein 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 oh du Lacker echt jetzt bin ich gestern ach ich weiß was wir machen müssen das ist mein Fehler wir haben was vergessen wir müssen noch einem wir müssen noch einem Typen Hallo sagen sonst kommt er nicht runter und macht da die ganze Zeit den Angriff und killt uns ich habe mir eben nicht gedacht irgendwas fehlt für Kalamid ich hoffe wir haben das ich glaube das ist doch kein Problem wenn du dir einen neuen Account machst ich habe nur gefragt ob es Probleme gab weil selbst wenn das Passwort vergisst und dich neu anmeldest solange ich weiß dass du es wirklich bist ist es ja kein Problem du kannst auch 5 Accounts haben da brauchst du dich nicht entschuldigen ich sperre einfach alle auf Nummer sicher gehen ach come on ach Bullshit wo liegt denn das ich habe keine Ahnung das weiß ich nicht mehr auswendig wir müssen jetzt leider herausfinden wie wir da hinkommen Kalamid Item Unlock Kreski 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 ich trommel in der Zeit auf meinem Bauch Olde Syl Township Mimic Drop with many bloodheads Climb up the... you will find a room oh fuck da unten machst du den Chat wieder drauf? die wollen doch eh nichts mit uns reden niemand einschalten wie ich angefangen habe auf Bauch zu kloppen what the fuck ich habe das Spiel nicht geschlossen was war denn die denn? ah das war da wieder raus so jetzt aber jetzt ja holy shit so bei dir lädt es auch check ach so aber mit dem mit dem Zwingers Mali mein das stimmt was läuft ist oder baffert die ganze Zeit bei uns ist von unserer Seite aus ist übrigens alles in Ordnung hier es lebt nur blödes Twitch noch zu 2,5 oder 3, weil es auf 3 hoch springt das ist das OBS dann ja ja aber nö das ist standardmäßiges 2,5 ich habe hier nur eine Ghetto-Leitung hier ja aber 3 könntest du doch streamen, oder? ähm ich weiß nicht welcher Weg leichter ist gehen wir mal hier mach doch mal Werbung für den MIG irgendein jetzigen Stream kommt nix das verstehe ich nicht habe ich nicht verstanden Jack ah ah nein oh gut was was ist in der andere Browser Nimo? woran könnten das liegen, dass das Twitch die ganze Zeit beim Nimo hängt? weiß ich nicht höchstens über die App versuchen einfach die Verbindung kann auch sein dass es Routing schlecht ist ist zwar ungewöhnlich aber existiert und Browser ist halt kann auch sein ach so stimmt der Jack kann mir als in Ruhe zuschauen aber ich stream immer mit 1,5 ne? ich stream nicht mit zweifeln sogar noch niedriger jo weil sonst werden meine Fighting Games das geht ja nicht das muss sauber laufen ach so und hier bufferts aber wenn ja ich stream mit 1 Megabyte weniger also es ist die Verbindung und wie ist es bei dir mit mit YouTube check wenn du YouTube bei mir guckst gibt es da Probleme? ich glaube hier ist es bin mir auch nicht sicher ach so der der macht dann Browser und legt der automatisch schon mal ein Konto an ok ja wie gesagt brauchst du schon nicht entschuldigen alles gut ne das ist das hier nicht ich weiß ach so Mix Account of Twitch ja der streamt auch mit weniger Kilobyte hoch ja hat er vorhin gesagt aber wenn wir jetzt hier streamen ruckelst dann für dich und wie ist es auf YouTube würde mich auch noch interessieren oh Gott oh Gott trink was ja das killen ist sicherer wenn man sicher töten kann immer töten oder ausweichen und dann trinken aber wo muss ich hin ich habe keine Ahnung ich muss noch mal gucken sorry boys ich muss noch mal raus soll ich wieder auf den Bauchtrommel when you get to the area with many bloodheads if you climb down you will find the door to the right da bin ich lange climb up the staircase from the door you will encounter after you will find yourself in a room with a wooden plank walk up the plank that is the Mimic kill the Mimic for the key you will find a door to the far side that will leave that will leave to a balcony with a broken railing ja das ist ja das oben dann du musst die Mimic töten dann kriegst du einen Schlüssel fertig walk back and drop down using the roof ledges to return vielleicht guckst du unten start at all the sealed township was ne scheiße ich unten ist nämlich Shortcut wie er Shortcut weil wir laufen grad extra außen rum hörst du mir zu ja ich hör dir zu weil unten ist Shortcut ja ich weiß aber wir sind doch schon weiter der Chat ist schon wieder weg ach ist das kacke echt einmal mit Profis ah jetzt habe ich wieder die Shortcut nicht gelesen hast du die wenigstens gelesen? nö warum nicht? na gut wir müssen auf jeden Fall hier unten irgendwo was finden ja ne Mimic fertig Achtung Zauberer naja aber gut ja ich denke von der Shortcut aus du findest den nicht der ist M1KROS schön Leadspeak für Mikros wieso willst du den finden jetzt grad? weil der streamt ja nicht wir streamen nur auf dem Account wir streamen von derselben Station nur mit anderen Einstellungen ist der Jav eigentlich noch da? der ist noch da siehste der fleißige Moderator aus meinem Channel Mik is Sally ja enorm also du wo ist denn die Shortcut? nein die Shortcut ist der Fahrstuhl ja ja wo ist denn der Fahrstuhl? glaub hier das ist das wo wir hin da muss ich runter rutschen alles klar Profi bitte lebt noch kurz ok aber da müssen wir hin das ist die Kiste nur am Schild kommst du da nicht hin wenn du da die andere Treppe hochgelaufen wirst? nein wo kommt der jetzt her? das ist doch der aus dem Raum das ist doch du mal da die Treppe hoch das ist ja wahrscheinlich runtergefallen da ist er runtergefallen alles klar ja ich schille aber nur vollkommen Sachen Jav das musst du doch wissen vollkommen und fighting games das ist das was ich schille ne nicht mal fighting games ich schille ja nicht jedes fighting game vielleicht solltest du einfach nur rollen das macht wohl da ist nämlich da ist nämlich nochmal oh boy super so kann man kann ein Miet machen Kreski ok viel Spaß in Ägypten ja viel Spaß ich finde soll das ein Land tschüss wo überall nur Sand ist interessanter ist wie wir ja aber das Land mit Sand ich nehme dir das auch überhaupt nicht übel jetzt das Land mit Sand ist halt interessant du bist ganz schön wortgewandt ich weiß wer ist denn jetzt überhaupt noch alles da ich glaub Kyle und Jack und Nimo vielleicht ne da hat er gesagt fickt euch wir schau ab ja aber Edge also jetzt mal ehrlich Nimo ne 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 weil es auf Chrome nur die ganze Zeit buffert achso ja auf Chrome bufferts nur ohne Ende ok das wundert mich bei Chrome normalerweise ja wundert mich auch der Nobi der bei mir bei YouTube immer zuschaut der kann auch kein Twitch gucken ok deswegen stream ich hauptsächlich auf YouTube dass der Nimo und Nobi zu gucken können ok so da ist unser Buddy voll die voll die sind alle da super macht er sich eine Kartoffel fertig steigenkartoffel ja der hilft dir dann schmeißt ihn runter oder was ach der schießt dich doch weg oder ne der schießt da drauf aber wie ich ach Schei nein wir brauchen noch was ah ich hasse es so sehr dieses Spiel ah was brauchen wir noch Leute Zeit für den Bauch wir brauchen noch irgendwas da kannst du gucken da kannst du gucken Royal Wood brauchst du oder ich bin dir kein Talk ok wir müssen jetzt ich muss jetzt zudem gehen und dann musst du nochmal hin dann müssen wir nochmal hin ach das ist scheiße echt halt stopp du hast das falsche Fenster mach erstmal den Chat wieder dran Anfall keine Panik Anfall keine Panik Anfall Panik Achso ja das kann auch sein ich hab mal ein Video geschickt von Twitch und das hat funktioniert ich stream mal die Woche irgendwann auf wobei der Nobi der ist ja auch nicht hier drin sonst wäre er ja da der hat das ja bestimmt gesehen auf dem Server auf dem Discord wir könnten aber mal anschreiben über Discord und sagen dass wir es mal probieren das hast du ja noch nicht gesehen gesehen habe ich auch schon oder hast du nicht gespielt denn die Spiele habe ich noch Achso aber gesehen warum zittert denn der Bogen so jetzt ist es gut wenn man aufsteht oh ich schieße jetzt auf der Drache der alte Sniper Achtung jetzt so ist er der Drache wird sich denken WTF DUDE warum 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 das gehörte nennt den Fledermaus wurde es raus geschnitten Jack alter Twitch ja wahrscheinlich hat er den Profanity Filter ausgelöst vom vom ach so war das äh Pimmel gesagt hat ja wer ist ein Moderator dass der das freigegeben hat der Kyle wahrscheinlich ne Kyle ist Twitch Prime der hat genauso viele Rechte wie Jack der einzige Moderator hat ist Nimo sehe ich im Chat vielleicht ist noch ein anderer Mod da wir hatten Mod ich habe wahrscheinlich können wir auch Mod Rechte vergeben aber dann dann spielst du wieder aus dem Spiel oder? nein lass es weil der Kyle und Jack sind eigentlich auch Mod auf YouTube ja dann musst du das gleich tun aber jetzt hier wird gekämpft nach dem Kampf kriegt der kriegt der Rechte ab gehts wähl mal ne Estos aus unten ja gleich S die 100 dann der Estos ich hoffe die beißen sich so dass du Estos brauchst nein tun sie nicht fuck ich bin die Krötenhunde what the fuck armen zu kurz ja und Bildsprung cool ah guck jetzt geh guck weil jetzt gibt es einen harten Unterschied bei dem Fight hast du schon gesehen? da ist jetzt ne fuck gate ah bullshit so jetzt da hast du deine Estos so jetzt geht es auch mal los hier aber du kannst doch jetzt qualität einstellen check bei twitch oder dann gibt es doch keine probleme wenn die qualität kann man einstellen es müsste für jeden gehen mittlerweile ja oder könnt ihr könnt ihr hier auf dem channel qualität einstellen gehen das haben die geändert drag dragon kammer naja was kannst du eigentlich bis 27 p ist eben auch nur 27 keine 60 schritt der ist ja dax es wird in 30 haben wir es nicht auf 60 stellen ein ja auch mehr weil ich spiele sich dann ändert das weiß ich wieder frei müssen jetzt lernen ist eigentlich einfach 1080 könnte man auch aber die leitung hier ist halt wenn wir dann mit der kilobyte zahl die wir hier haben ich muss doch gerade überlegen wenn wir hier mit 1080 stream würden dann wirds bild schlechter aussehen ja weil ich habe nicht so guten upload gibst du mir jetzt was mit demnächst die ach so alle jungen wahrscheinlich musstest du dahin wenn du geholt nicht mehr laut bist gibt dir nichts das ist einfach so eine art orias bewundern falsch es ist die bestellung oder was ja die best hast du die limit breaker videos über die über den geheimen mister krebs sind kam zu weihnachten raus drei gute videos nicht follow ich habe kein abo bei dem rum net und darum bei youtube geht auch bei mir kein 1080p weil es einfach nach mein upload ist nicht gut ja ich hab ich hab's von daheim aus auf 1080p gestellt 1080p kann ich aber meine leitung kann meine leitung ganz nicht dann habt ihr nicht viel spaß dran und ich bin ja auch hier also ich könnte Twitch Affiliate sein da entscheidet es ja nicht mehr er ist ja schließlich der größte Dragon Ball Street auf der Welt ich bin es schön wie hier die Fakten umgedreht werden ach Gott jetzt kommt der Scheißkampf ich bin der größte B-Bastreamer in Europa mit 30 Leuten es gibt nicht mal es gibt noch einen der streamt manchmal Turniere, der hat mehr Viewer aber das fliegt alles mögliche du musst drei Leiter nehmen nur dann ist wieder da ich glaube es ist viel mit links rechts dann immer 1 bis 2 Hits gehen und wieder weg sehr interessant das ist aber schon wieder der falsche Knopf gerade warte ich will das Team an dann ja klar, der ist gefluckt ne, der so kopfdrifft sie nicht naja, dann wäre ich nach vorne und mach dann den ich glaube man klappt es wieder so viel um den Kampf zu lernen ja 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 genau das ist der andere ich glaube ich müsste es nicht mehr die 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 trägt ja ich glaube ich müsste aufpassen anzuvisieren und anvisieren ist kacke ich spiele ich glaube ich will auch viel ohne ich weiß es gar nicht wie unbewusst ab geht's ich gehe meinen discord und sagt dem nobi dass der reinkommen soll software update nein wo reinkommen soll hier in den stream einfach nur um zu gucken ob es geht später was wir tun nur eine ist es weg am hund weil ich nicht blocken wollte versteht der recht brauchst du auch mal so lange um ein handy zu tippen an hat doch die mobile games packet scheiß hunde ach jetzt habe ich verstanden was der check gemeint hat wenn du streamst hier ja dann läuft es so gut das war die Hose richten ja wird es so gut dass er sogar tisch und mich auf youtube gleichzeit ich gucken kann jetzt habe ich verstanden stand gerade eben im discord aber den stream her von dir kann er nicht gut gucken also von von uns hier auf deinem account den einen konternet gucken wo die wohl die qualität und ich unterstellen konnte und ich habe auf 5000 kapitel das war zu hoch für seine leitung jetzt kann er ja mal runterdrehen ich denke wenn ich jetzt auf Twitch streamen würde könnte das gut aber wir können auch mal schauen ob wir hingehen oder aber dann ist nach im vergleich zum mal muss man aber bei dem aber relativ wenig stelle ne Ah, fuck, Feuer. Ich komme gleich nochmal. Ja, das war zu schwierig. Oh, jo. Fuck, du. Ich weiß. Ach, du hast mich schon... Ich gucke im Moment nicht so fleißig in den Chat, sorry. Guck mal, da läuft er und sagt, ich habe den mitgekillt. Sad boys. I killed the best Dragon Ball Streamer. Das Traurige ist, eigentlich hättest du es wahrscheinlich verdient, auf Platz 1 zu landen oder so, wenn der Dragon Ball Streams... Die deutsche Streamer. Ja, ja, meine ich, das komme ich auf keinen Fall. Da weiß ich jetzt schon, das mache ich mir keine Hoffnung. Weil, wenn so viele auf Englisch streamen, ich kenne auch Deutsche, die auf Englisch streamen, und ich denke mir, heil, was bringt das? Ne, da brauchst du ein bisschen, äh, klingt jetzt komisch, aber da brauchst du ein bisschen den Nischenmarkt. Wo waren das? Da. Das ist Nischenmarkt. Ja, ne, du, deutsch halt. Deutsch zu Streams. Ja, genau. Das ist, das ist mehr Nische, wie wenn du es jetzt auf Englisch machen würdest. Aber dadurch, dass es Dragon Ball ist, gehe ich halt davon aus, dass das sehr viele streamen wird. Ja, und bei mir gibt es halt Gameplay. Richtig. Und ich erkläre den Leuten auch, mein Hauptziel eigentlich ist es, nur viele Leute zu erreichen, die dann zu uns in die Community kommen und mitspielen und auf Events kommen. Ich will gar nicht ein großer Streamer werden oder so. Das ist ja gar nicht mein Ziel, Abo, Abonnenten zu bekommen und so weiter. Ich will einfach nur viele Viewer erreichen, die dann das Spiel richtig spielen. Das ist mein Hauptziel. Das ist eine Tutorial, wo du gemacht hast, fand ich auch gut. Hast du mir angeschaut? Ja, wir haben auch viele geschrieben, das ist glaube ich, für so ein kleines Nischen-Game hat es ziemlich viele Views, glaube. Ganze 3.000 so sick. Das ist echt schlecht. Ich habe nicht viele Videos, wo 3.000 Views haben. Ich glaube, eins meiner erfolgreichsten, das war ein Blatt-Kontorium. Okay, das hat Klausel, glaube ich. Und da habe ich nicht einmal erklärt, wie man pariert und viel an sich zu aufgeregt habe. Weil ich das nicht wusste. Ich habe das Spiel bekommen, habe geguckt, wie komme ich zum Boss, wie funktioniert die erste Gegend und habe dann direkt ein Tutorial aufgenommen, weil ich einfach schnell sein wollte. Und darunter hat dann die Qualität gelitten. Finde ich und deswegen finde ich es blöd. Ich habe dann gelernt, okay, lieber nicht der Erste sein, lieber später und dafür entscheidest Video und weniger Videos. Ja. Ist der Gute? Guter Angriff. Ich habe mich nicht erinnert. Oh, Feuer. Ich glaube, da kannst du hinrennen, so außen rum dann immer. Und dann angreifen. Na, ich glaube, da kriegt man nicht ein Tutorial. Aber da ist es noch nicht nervös. Das ist noch nicht. Und dann weg. Oh, du Lacke. Oh, die Schiffe. Und weg. Achtung, da hinten hast du runterfahren, musst du aufpassen. Das ist wie der Gaping Dragon. Das ist vielleicht zu gierig. Ja, genau. Wenn du den ersten Deutsch kriegst, du zwei Angriffe für free. Das sieht gut aus. Das sieht sogar auch ohne gierig mehr. Nein, oh. Ja. Nein. Halt dich. Halt ihn. What the fuck? Dann heilst du dich nicht mehr. Zu spät gerafft, gesagt, ich bin ein Rennen gegangen. Weil ich habe eben gedacht, ich muss außen rum, weil er so angreift. Ja. Ich habe nicht gerafft, dass der sprüht. Oh, das war so gut. Fast geschafft. Ist aber nicht so schwer, der Boss, ne? Nee. Muss halt ruhig bleiben, wie immer. Ich finde es 3er mittlerweile schwieriger. Also du merkst, dass es 3er schwerer ist. Ja. Durch die zwei Phasen, weil mir jetzt halt erst auffällt, dass das erste einem so einfach vorkommt. Und das zweite ist am asozialsten. Das ist einfach ein dummes Spieldesign. Wenn ich mich da an den einen Boss unten erinnere. Und wie hieß die? Ich habe keine Ahnung. Die, die den Glockenritter beschwört hat und so weiter. Oh Gott. Elana? Nee. Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas, ja. Die war so scheiße. Wo wir doch immer die drei beiden Summons geholt haben und beide sterben und wir das gerade so hingekommen haben. Wo haben wir ein Schwerstück, bitte dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann ist es nicht? Wann ist es? 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 Kannst du zugucken, kannst du zugucken? Im Chat ist er mal. Das wäre ja geil. Ey, das wäre super. So. Die Uhr geht falsch, nicht vergessen. Reifte die Stunde nicht so taubere. Könnten sogar echt noch durchschaffen. So, dort machen wir bis halb zehn. Oh, hier. Was ist denn da? Der Bus und der andere. Ah, ne, und der eine nimmt sich nicht mehr ins Bus. Zu spät. Fallen? Glaublich. Nobi sieht alles Okay, pass auf Nobi, dann mache ich die Woche mal Zuhause aus dem Stream auf Twitch Dann könntest du auch mal zugucken, ob das dann auch geht Das wäre lieb Ah, tot, fuck Und wenn es nicht geht, wechsel ich direkt auf Auf, auf Youtube dann Besprech mal vorher Vielleicht am Sonntag Das den ganzen kostenlosen Damage fliegen Ach, ich bin so schlecht Zu schade Nach dem Versuch gehe ich eine Rauchen Vielleicht schaffst du es jetzt ja So sehr, dass es eben geklappt hat Ja, es lief ganz gut Ich habe eine halbwegs gute Mischung aus Anvisieren und nicht anvisieren gefunden Das hilft schon ungemein Ich muss halt aufhören, ihn anzuvisieren, wenn er aufsteht Weil dann versucht er den Kopf zu treffen Das ist halt scheiße Lungenbrötchen für Renden Lungenbrötchen, naja auch noch in Köln Das freut mich voll, dass der Nobi zuschauen kann Das ist echt geil Und dead Lungenbrötchen Werfen euch rauft eigentlich Dass wir da noch nicht runtergefallen sind Ja, aber wir haben schon dümmeres Ich sage nur Dark Souls 3 Der eine Drachenbus, wo es die leider vorher runtergeht Das war mit Abstandsdümmste, was wir je gemacht haben Die Falle da Ja Ich glaube, ich muss auch einfach mehr ran Und dann einfach reagieren, was er macht Ja, genau Das ist richtig Ah, scheiße What the fuck? Ja, das ist der andere Das ist der schlimmste Normalerweise, ich dachte, der macht noch ein Kolo an Und geht so eigentlich Ich habe Tasten gedrückt Und ich habe hier oben gedrückt Wie verrückt Okay In Dreier geht es Nochmal, okay So Ich hole mir die Lungenbrötchen Macht das Ich habe Spaß mit dem Boss hier Nochmal über Facebook anmelden Für was denn? Für Twitch? Ja, wahrscheinlich ging das Passwort nicht mehr oder so Zum Glück ist mein Twitch-Account Ich wollte es mit meinem Fall erärgern Und da hat es mir leid getan Hat nicht mal funktioniert Ja, deswegen Es war mir einfach so Egal, was macht der Spinner Was macht der da? Es tut mir leid, Jack, dass du brenst Ich hoffe Irgendjemand ist da, um mich zu löschen Wir rufen das Twitch-Feier-Department Ich habe gerade noch eine Spinner Ich habe schon voll gemerkt, dass ich umgezählte Ja, bei uns ist recht dunkel, ne? In dunklen Deutschland Ach, scheiße, echt Soll ich nehmen, ich meine Sie haben eh noch genug So Ab geht's Der cooles Monkey in der Jungle Was? Cooles Monkey in der 1 Ich gehe nicht bei Hornet, ich gehe nicht bei Hornet, ich gehe nicht bei Hornet im Einkaufen Da hat sich der Raven King gestern drüber aufgeregt Ja Aber nicht über den Pulli, sondern darüber, dass es jetzt so aufschreit gibt Ja, es ist halt, jeder macht, es ist alles nur noch ein Aufschreiwert Der Rassismus wird von Weißen übernommen Die Weißen regen sich auf und sehen da Rassismus Wenn die wollen sich auf Es ist einfach diese Es ist das übliche, man will sich aufregen über alles Kulturen Das ist halt einfach Bullshit Da hat Jack gemeint Er kann gar nicht verstehen, warum sie sich so über den Pulli aufregen Ja Wer es pflückt, darf es behalten Das war so asozial Ich habe ein schlechtes Gefühl, weil ich darüber gelacht habe Berechtigt Jetzt erzähle ich sogar noch mal Bis gleich Ja, tschüss Ja, toll Ja, toll Ach, scheiße Wird doch noch getroffen Ja 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 Okay Oh Dieser Fight Nee Nicht ganz Die Hälfte habe ich geschafft Naja, auf ein neues Ich glaube so langsam weiß ich wie es funktioniert Ich versuche mein Bestes Nee, aber ein unnormal Nee, ich warte bis der Renten da ist Dann erwähne ich das nochmal Der ist ja gleich wieder da Hoffe ich Er kann sich verlaufen, aber sollte er nicht Ach, die Hunde echt So jetzt aber Jawohl So Schauen wir mal, ob ich jetzt den Fight schaffe Ich vermute ja ganz stark Nein Aber manchmal Da läuft es halt einfach Ehrlich gesagt habe ich eine Tradition Bosse zu schaffen Während er rauchen ist Ich bin So viel dazu, oh Gott, ich hab mit mal Damage gemacht, oh, heute kann man mit mir nichts anfangen, der Rand muss das alleine spielen, der schafft es. Das hat schon Manus gekillt, das schafft doch Kalamid. Ich geb nur moralische Unterstützung heute. Das war ja sehr, sehr traurig eben von mir. Ich kill die Hunde jetzt auf meinem Stil. Toll. Direkt wieder Damage genommen. Sad Boys. Okay, das funktioniert. Zu früh gehauen. Okay, safe. Ah, der Rand ist wieder da. Ah, good shit. Hello. Ach, er lebt ja immer noch. Nee. Was? Nee. Doch. Er lebt doch noch. Ach so, du meinst den Boss? Ich dachte, du meinst nicht. Danke für nichts. Na. Wenn du Nobis streamst, wärst du dabei. Jack und beim Kyle auch. Der hat Opa da geschrieben, vielleicht stream ich irgendwann mal. Okay. Aber da braucht er erstmal gutes Internet. Ja, das wär wichtig für Stream, ne? Fuck, fuck, fuck. Wenn schon, denn schon, ne? Jetzt sieht der Name auch gut aus, Nobi. Wir könnten auch, wenn du willst, die Nonaric Games streamen, ne? Wenn schon, ne? Wenn schon, dann geht es um ein ... Das ist ein ... Dann geht es um ... Oh, ich bin ... Oh, ich bin ... Oh, ich bin ... Du ... Mann ... ...